Hi Leute, ich wollte euch mal fragen, was ihr davon haltet, mal einen Live-Talk zu machen. Ich habe mir nämlich überlegt, ich hatte schon immer mal Lust drauf, einfach mal so einen Live-Talk eben zu machen, wo ihr eure Fragen stellen könnt und ihr wirklich alles fragen könnt, egal was. Da hatte ich mal Lust drauf, so. Wenn euch das auch interessiert, dann gebt einfach mal einen Daumen hoch und schreibt drunter, vielleicht was, zu welcher Zeit euch das interessieren würde, so. Und ich dachte vielleicht, das irgendwann in ein, zwei Monaten mal zu machen, weil ich es vorher richtig ankündigen wollte, damit dann auch jeder Bescheid weiß und ihr eure Fragen stellen könnt, so. Genau. Und ja, kommentiert einfach mal drunter unter das Video, wenn ihr darauf Bock habt. Ansonsten macht's gut, Leute. Ciao.